Wenn das so ist, darf ich jetzt als Nächstes aufrufen, den Nr. 73, Aktuelle Stunde, Antrag der AfD über die Moral im Hessischen Landtag. Herr Grube, Sie haben... Sie dürfen zeigen. Der erste Redner ist Herr Frank Grobe. Wir hatten uns schon im Vorfeld mit den Präsidenten und Vizepräsidenten geeinigt, darauf hinzuweisen, wer auch gerade jetzt hier sitzt. Wir reden jetzt über Moral. Und ich finde, das kann man auch moralisch korrekt machen. Herr Dr. Grube, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Nicht selten wird beteuert, dass das Parlament die Herzkammer der Demokratie sei und die Demokratie von Beteiligung lebe. Große, aber leider pathetische Worte. Denn im angeblich härtesten Parlament Deutschlands geht es schon lange nicht mehr um einen Diskurs. Vielmehr geht es Ihnen nur noch um eine Inszenierung auf der Bühne der hessischen Politik. Um dieses Schauspiel möglichst ungestört fortzuführen, haben Sie am Ende der letzten Legislaturperiode die Geschäftsordnung des Landtags verschärft. Man könnte meinen, Ihre Willkür kennt keine Grenzen. Sie verweigern uns einen Vizepräsidenten genauso wie einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Eine Vizepräsidentin verteilte sogar eine Rüge für einen Begriff, der seit Jahrzehnten in der Politikwissenschaften Gang und Gäbe ist. Auch scheint es Strategien im Umgang mit parlamentarischen Initiativen der AfD zu geben, wie wir jüngst aus einer internen Korrespondenz zwischen Wissenschaftsministerium und der Goethe-Uni erfahren mussten. An diesem Beispiel zeigt sich, Sie messen mit zweierlei Maß. Auch nutzen nicht wenige von Ihnen das Zitat, wir werden Sie jagen von Alexander Gauland immer wieder gerne, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Dass Ihre Parteifreunde aber mit viel härteren Bandagen kämpfen, wird von Ihnen und den meisten Medien schnell abgeräumt. So drohte CDU-Ministerpräsident Armin Laschet, dass er die AfD bis aufs Messer bekämpfen will. Ist diese hasserfüllte Hetze gegen uns nur Ausdruck seiner Verzweiflung oder schon als Aufruf zur Gewalt gegen uns zu werten? Wäre die Aussage von einem Kollegen aus der AfD erfolgt, wäre Ihre Reaktion klar. Ein weiteres Beispiel für Ihre Doppelmoral. Unser bester Wahlkampfhelfer von der SPD, Ralf Stegner, sagte, Fakt bleibt, man muss Position und Personal der Rechtspopulisten attackieren. Soll das wirklich die Basis sein, auf der Sie sich mit Ihrem politischen Gegner auseinandersetzen? Und was sagt die CDU zu Ihrem grünen Koalitionspartner? Dort hat mancher stalinistische Mordfantasien und wünscht sich, dass der nächste Bundesparteitag der Jungen Union im Gulag stattfinden soll. Gewisse Parallelen zur Mauermörder-Nachfolgepartei sollte hier sogar der blindeste unter Ihnen erkennen. Ist das nicht genau diese Hesse und der Hass, die Sie uns immer vorwerfen, wo bleibt da Ihr Aufschrei? Stattdessen richteten Sie in Hessen ein Portal ein, auf dem nur Meldungen zu vermeintlich rechten Vorfällen erfasst werden, wobei die Erfassung und sogar die Vorfälle selbst höchst fragwürdig sind. Wird ein Reporter der Frankfurter Rundschau in Österreich angegangen, erfasst Ihre Plattform als Tatort Frankfurt. Als Quellen für so manchen Fall zitiert die Meldeplattform lediglich sich selbst, und so manche Meldung hat sich im Nachhinein als frei erfunden herausgestellt. Sind das die Wahrheitssysteme, die der sächsische CDU-Ministerpräsident angegriffen sieht? Allerdings muss hier auch die wichtige Frage gestellt werden, seit wann braucht Wahrheit ein System? Oder ist das Ihre Wunschvorstellung von Demokratie? Hoffentlich nicht. Doch Ihre einzigen Waffen gegen die letzte parlamentarische Opposition scheinen nur noch Falschmeldung, Hass und Hetze zu sein. Gleiches gilt für die Corona-Demonstration. Sie wollen den mehrheitlich friedlichen Teilnehmern das Demonstrationsrecht verweigern und beleidigen Sie auch nur als Corona-Lügner, Verschwörer oder Kurvidioten. Gut, dass Ihnen wenigstens noch manchmal ein Gericht Einhalt gebietet. Wenn dann die, die Sie für die Richtigen halten, ohne Abstandsregelung, mit Mund- und Nasenschutz für Fridays for Future, die Schule schwänzen, haben Sie sogar kein Problem damit. Sie jubeln sogar Black Lives Matter-Randallierern zu, wenn diese für einen Kriminellen auf die Straße gehen. Ihre Doppelmoral ist grenzenlos. Stichwort Doppelmoral. Sie werden sicher gleich versuchen, die AfD in Mithaftung für die angebliche Stürmung des Reichstages zu nehmen. Hoffentlich vergessen Sie dabei nicht, dass Vertreter Ihrer Partei sich 2010 auch an einer Demonstration auf den Treppen des Reichstages beteiligt haben. Ähnlich agieren Sie bei der vermerkelten Energiewende. So lassen die GRÜNEN zum Beispiel große Teile des Rheinland-Waldes für Windräder abholzen. Windräder, die Hunderttausende Vögel und Pledermäuse töten. Ich frage Sie, liebe GRÜNENinnen, wann haben Sie eigentlich den Wechsel zur Umweltvernichtungspartei vollzogen? Sehr geehrte Damen und Herren, zur Sicherung der Zukunft unseres Landes kommt von Ihnen kaum etwas. Dabei könnten Sie einige unserer Initiativen unterstützen, denn diese sind nicht falsch, nur weil sie von uns kommen. Doch scheinbar gibt es nicht nur an mancher Universität eine Strategie zum Umgang mit der AfD. Denn sie lehnen aus Prinzip jede Initiative von uns ab, selbst dann, wenn es welche sind, die sich auch in ihrem Wahlprogramm wiederfinden. Wir dagegen betreiben keine Obstruktionspolitik. Wir richten unser Abstimmungsverhalten danach, was Deutschland und Hessen endlich wieder voranbringt. Und das, werte Vertreter der Kartellparteien, sollte auch Ihre maßgebliche Motivation für Ihr Handeln sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war zeitlich eine Punktlandung. Kollege Müller kann sich schon einmal on the road machen. Ich sehe ihn auch schon eilen. Jetzt hat er ein geputztes Pult und das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD spricht heute von und mit Moral. Ich dachte, ich lese es nicht richtig. AfD, aktuelle Stunde, tatsächlich Moral? Kommonsens und das von Ihnen, AfD? Sie sprechen über das, was die Verbindlichkeit einer gesamten Gesellschaft ausmacht, die Werte, Normen, Verhaltensweisen, eben die größtmögliche Übereinstimmung aller, der Kommonsens. Ausgerechnet Sie, die Sie Spaltung, Hass auf andere, das Trennende, das Spalterische, das Verschwörerische, das Negierende zum Standardrepertoire Ihrer politischen Arbeit gemacht haben. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist nicht wirklich gut erträglich. Sie, die Sie behaupten, die wahren Konservativen zu sein, ja, die Bewahrer der Gedanken von Konrad Adenauer. Sie, die Sie gegen Europa, Menschen, die flüchten, eben alles andere ist, was anders ist als Sie. Sie, die Sie die Sprache verrohen lassen und ohne Scham eben Sprachmuster derjenigen, die Deutschland und die Welt in Leid und Tod gestürzt haben, nutzen. Sie, die Sie ohne schamrot zu werden, eben Moral zu verspüren, von linksgrün versifft und Altparteien und jetzt heute Kartellparteien sprechen, sich quasi unmittelbar aus der Sprachkäste einer dunklen Zeit bedienen. Sie, Sie sprechen von Moral? Sie haben offenkundig, ganz offenkundig nichts, aber auch wirklich nichts verstanden von unserem Land, seiner Geschichte, seiner Tradition, vor allem dem verfassungsmäßigen Common Sense. Nicht von dem Inhalt, von Suche der Stadt oder des Landes Bestes als christlichen Politikanspruch, der das Suchen und eben nicht das Besserwissen, das Neinsagen, Negieren oder gar Verneinen Wert legt. Sie lehnen Europa ab und vergessen, dass es die Nachkriegsgeneration war, Adenauer, aber auch Schumacher, die Deutschland als Vaterland und Europa als Zukunft definierten und in die politische DNA unserer Bevölkerung, unseres Landes verankerten. Sie ignorieren, dass Europa, aber eben auch Deutschland in seiner Geschichte ununterbrochen Migration, religiöse Umbrüche und staatliche Neuorientierung erlebte und gerade deshalb die geistige und persönliche Freiheit so wichtig für uns alle ist. Sie wollen nichts verstehen und machen sich zu Helden einer Deutschtümelei, die Sie als konservative Moral verkaufen. Sie verdammen Politik, benutzen Bilder und Sprache der Denunziation, des Hasses und haben nichts, aber auch gar nichts von unserem Land verstanden. Sie verweisen auf die große deutsche Geschichte und ignorieren dennoch unsere großen Denker, die genau das immer wieder betont haben, der Exkurs, die Vielfalt, das Neue und vor allem das Andere sind stets Bedingungen für Freiheit und Entwicklung und das im 250. Jahr nach Hegel. Sie haben nichts verstanden von Moral und Verantwortung, die unsere Verfassung erfahren, eben aus dem Nationalsozialismus, der Flucht und Vertreibung, aber eben auch aus europäischer Verantwortung so treffend beschreibt. Sie beschreiben das lieber als einen Fliegenschiss der Geschichte und merken nicht, dass dieser Schiss bis heute stinkt. Dass dieser Schiss eben genau der war, der uns geschichtlich nicht mehr und nie mehr in die Unbefangenheit entlässt. Sie haben nichts verstanden von sozialer Verantwortung, die freies wirtschaftliches Handeln unserer Bundesrepublik, unseres Landes zwingend immer begleiten muss und begleitet, nichts verstanden von Zuwendung und Menschlichkeit und vor allem nichts verstanden vom moralischen Anspruch unserer Verfassung und der Politik, die immer den Versuch verlangt, aber den Irrtum eben auch in Kauf nimmt. Sie haben von alledem nichts verstanden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, als Partei hat die AfD Höcke, Schupala, Weidel und Kalbitz. Eines hat diese Partei nicht, Moral. Vielen herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort Herr Vetschausen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren der demokratischen Parteien, zur Aktuellen Stunde der AfD muss zunächst gesagt werden, man weiß fast gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Die AfD hat noch nicht einmal mehr ein Thema für eine Aktuelle Stunde, und deshalb nutzen Sie diese Zeit hier für eine widerliche Selbstinszenierung. Eine Aktuelle Stunde sollte ein aktuelles Thema in Hessen aufgreifen und, wenn möglich, politisch und relevant für die Menschen sein. Was ist es? Da gäbe es so vieles, worüber wir diskutieren könnten. Die Menschen machen sich Sorgen um Corona, die Menschen machen sich Sorgen vor einer möglichen Ansteckung. Natürlich werden die massiven Einschränkungen, die es gibt, diskutiert. Die Situation in den Berufen wird schwieriger. Wir haben es gerade gehört, und nicht wenige stehen vor existenziellen Nöten. Und was, frage ich mich, meine Damen und Herren, findet die AfD in dieser Situation in Hessen wichtig? Die Moral im Landtag. Das ist nicht nur eine komplette Verfehlung des Themas, es ist noch nicht einmal ein Thema. Sie, meine Damen und Herren von der AfD, sind schlicht und ergreifend nicht politikfähig. Und weil Sie das nicht sind, versuchen Sie hier, die Demokratie verächtlich zu machen, von diesem Platz aus. Sie sprechen von Kartellparteien und anderen. Das ist der Duktus, den Sie hier reinbringen wollen. Und mit Moral im Landtag meinen Sie natürlich, dass die anderen Parteien nicht moralisch scheinen. Aber die AfD selbstverständlich schon. Ich frage mal, ist das eigentlich noch Politik, oder kann das weg? Aber um kurz auf Ihre Initiative hier einzugehen, will ich sagen, was ich im Landtag moralisch finde und was nicht. Sie bekommen über 8.000 € im Monat für Ihr Mandat. Und was kriegen Ihre Wähler dafür? Ein Teil der Fraktion kommt kaum noch zu Sitzungen. Ich weiß nicht, ob Sie keine Lust haben oder was auch immer. Frau Walter war ohnehin von Beginn aus ausgeschlossen. Als Gruppe sind Sie zerstritten. Ich sage nur Stichwort Stasi-Methoden. Was ich moralisch auszusetzen hätte, das wäre, dass die AfD in Kassel im Wahlkampf von einem Rechtsterroristen und mutmaßlichen Mörder von Herrn Dr. Walter Lübcke unterstützt wurde. Was ich unmoralisch finde, hier an dieser Stelle von der AfD, ist, dass die AfD in Hessen im Wahlkampf unterstützt wurde von einem mutmaßlichen Serienbrandstifter in Frankfurt. Ihre sogenannte Jugendorganisation wurde unterstützt, vom NPD-Mitglied, dem Schläger und Neonazi, der jüngst in Darmstadt Heil Hitler brüllend durch die Straße getobt ist. Wenn Sie das Wort Moral auch nur in den Mund nehmen, dann wird es schon amoralisch. Die sogenannte Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, ist gar keine Alternative. Sie ist das Armutszeugnis von Deutschland. Zuletzt, wenn ich sehe, wie die AfD hier im Landtag entweder ganz ohne Maske herumläuft oder mit Masken, auf denen steht, gegen den Corona-Schwindel, dann ist ein Punkt zum Fremdschämen erreicht. Sie wollen Verantwortung in diesem Land übernehmen? Niemals, meine Damen und Herren. Die AfD ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, und das müssen wir hier sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Das hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Frank Kaufmann ist als nächster Redner aufgerufen. Nicht so hektisch, Herr Kollege, in unserem Alter. Ganz langsam. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die AfD thematisiert Moral im Landtag. Da kann der erste Gedanke sein, gelungene Satire. Doch ein Lachen will nicht aufkommen. Erkennt man doch sofort die dreiste Unverschämtheit. Ausgerechnet Sie als Vertreter einer Partei, die Demokratie weder verstanden noch akzeptiert hat, tragen hier am Landtagspult ein weinerliches Gejammer vor. Sie selbst versuchen immer wieder, die Regeln der Demokratie auszubeuten, um rassistische Ideologien zu verbreiten. Und ausgerechnet Sie meinen, uns aktuell etwas über Moral im Hessischen Landtag erzählen zu müssen. Das ist in der Tat an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Uns ist dies natürlich nicht neu. Ein regelmäßig auftretendes Charakteristikum der politischen Extremrechten wie auch der AfD ist doch genau die Abwesenheit von Moral. Erst massiv austeilen und Rassismus verbreiten, dann die Reaktion nicht einstecken wollen und sich Feige wegducken. Stichwort, die Hand sei von der Maustaste gerutscht. Das kennen wir von Ihnen. Sie wissen wohl nicht, dass der Begriff Moral nur dann verwendet werden sollte, um die Handlungen anderer zu beschreiben, wenn man genau dieselben Regeln, die man von den anderen erwartet, als erstes auch für sich gelten lässt und selbstverständlich auch beachtet. Sie aber thematisieren hier Moral, ohne dazu bereit zu sein, wie wir aus vielen Beispielen wissen. Etliche Bundes- und Landespolitikerinnen der AfD haben diesbezüglich schon Beachtung von Öffentlichkeit und auch Justiz gefunden. Meine Damen und Herren, da man in fünf Minuten dies nicht alles vortragen kann, will ich Ihnen dazu eine Lektüre empfehlen. AfD im Hessischen Landtag heißt das kürzlich erschienene Buch von Hafenegger und Jehstedt. Es analysiert ihr politisches Verhalten klug und nachvollziehbar und beschreibt ihre sozusagen alternative Moral und betrachtet ihre Auswirkungen. Wenn Sie es nicht lesen wollen oder nicht können, dann können Sie es sich einfacher machen und einfach hören. Vielleicht kennen Sie den Song von Schrei nach Liebe. Die Ärzte bringen es dabei etwas weniger wissenschaftlich als das von mir empfohlene Buch, aber sehr präzise auf den Punkt. Ich sage einmal so viel, Hass ist ihre Attitüde. Oder man könnte auch, weil man das Schlagwort ja hier als nicht parlamentarisch nicht zitieren darf, man könnte auch sagen, je springer die Stiefel, desto hohler der Kopf. Meine Damen und Herren, man wendet sich umso mehr mit Grausen, weil Pressemeldungen aus jüngster Zeit deutlich machen, wie fremd gerade der AfD-Moral ist. Der Kollege Felstehausen hat es angesprochen. Der mutmaßliche Brandstifter Joachim S. finanziert ihre Politik, und Sie nehmen es gern an, ein Nachwuchspolitiker Stefan H. fällt nicht nur durch seine Kontakte zu Mitgliedern der hiesigen AfD-Fraktion auf, sondern auch durch rassistische Angriffe auf zwei dunkelhäutige Menschen. Hören Sie auf, Ihre Kamouflage weiter zu betreiben. Rassismus und Moral sind und bleiben diametrale Gegensätze. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch einmal daran erinnern, ich tat es schon einmal hier in diesem Plenum, dass unsere Demokratie einen wichtigen und schützenswerten moralischen Kern hat, den Konrad Adenauer wie folgt zutreffend beschrieben hat. Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform. Sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen. Meine Damen und Herren, alle hier im Saal sollten genau diese Weltanschauung sich vollständig zu eigen machen, bevor sie sich wieder einmal zum Thema Moral äußern wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist Jürgen Lenders. Ich komme ruhig schon bei. Ich erbitte im Übrigen von den Geschäftsführern dann einen Hinweis, wie wir weitergehen. Ich kriege laufend SMS von Kollegen, wann ist endlich die Mittagspause? Was sagst du? Ja, tun wir also. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich den Titel der Aktuellen Stunde und dann auch im Zusammenhang mit dem Setzpunkt der AfD gelesen habe, da ist mir dann schon aufgefallen, dass die AfD vor allen Dingen wie ein Brummkreisel mittlerweile um sich selber dreht. Wenn Ihnen keine anderen Inhalte mehr einfallen, als die Beschäftigung mit sich selber bzw. wie das Parlament vermeintlich mit Ihnen umgeht, dann sollten wir Sie vielleicht einfach in diesem Brummkreisel lassen und Sie dann nicht weiter beachten. Vielleicht wäre das das Klügste, mit Ihnen umzugehen. Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde Moral in diesem Landtag, man macht es sich denn vielleicht so einfach, wenn alle anderen Fraktionen auf eine Fraktion hier draufhauen und das dann auch sehr pauschal machen und mit allen Vorurteilen, die dann sofort da sind. Man hätte natürlich auch heute dann auch mal Moral unter den Fraktionen. Ich weiß, gerade die Fraktion der GRÜNEN ist manchen von ihren Abgeordneten auch nicht zimperlich, gerade wenn es Richtung FDP geht. Das sagt der Richtige. Da hat er sich schon gemeldet. Aber es ist immer gut, wenn du dich auch dann gleich angesprochen fühlst. Meine Damen und Herren, man hätte vermuten können, dass man mal über die Frage, wie sollen die Vizepräsidenten mit Überziehungen von Redezeiten umgehen oder das, was im Ältestenrat immer wieder thematisiert wurde, zum Thema, was sind an Zitaten gefallen, was hätten die Vizepräsidenten korrigieren, rügen sollen. Denn das wird ja auch immer wieder von Ihnen angesprochen. Meine Damen und Herren, eins will ich Ihnen sagen, egal wie, das klang heute auch ein paar Mal an, ich glaube, dass unsere Vizepräsidenten, egal von welcher Fraktion, einen verdammt guten Job machen, diesen Laden hier wirklich in den Griff zu haben. Großen Respekt vor unseren Vizepräsidenten, die auch einen großen Anteil daran haben, dass wir eine muntere Diskussion haben, dass wir eine lebendige Debatte haben. Da können Sie ruhig mal klatschen. Da können Sie ruhig mal klatschen. Alles darf geklatscht werden. Die Alternative wäre, dass wir hier mit der Uhr gleichzeitig die Redezeit abschalten, und dann einfach das Mikro ausmachen. Ich glaube nicht, dass wir so etwas wirklich brauchen. Ich glaube, dass ein munteres Parlament, was auch hart in der Sache diskutiert, richtig ist. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, bei der Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um, und wir haben als Freie Demokraten immer gesagt, keine Ächtung durch Verfahren. Deswegen waren wir durchaus bereit, einen Vizepräsidenten von Ihnen mitzuwählen. Das haben wir auch an anderer Stelle immer wieder unterstrichen. Auch wir sind auf Sie zugekommen, wenn es darum geht, wie gehen wir mit der Geschäftsordnung, Tagesordnung vor. Aber es fällt einem verdammt schwer, wenn gerade auch heute noch der Kollege Richter in Richtung Linke, Hamburg sagt, das waren ja Ihre Leute, und damit die Vorkommnisse in Berlin beschreibt. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass diese Reichsbürger und diejenigen, die versucht haben, den Reichstag zu stürmen, mit Symbolen der Reichsflaggen, also des alten Deutschen Reiches, dass das Ihre Leute sind. Natürlich haben Sie genau das gesagt, und das ist immer wieder eine Gratwanderung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Sie haben dann wirklich aus der Geschichte nichts gelernt. Wer nicht weiß, was der Deutsche Reichstag und die Reichsflagge für eine historische Bedeutung in Deutschland haben, der dann sagt, das sind unsere Leute, und die haben sich zum größten Teil eigentlich nur friedlich verhalten, wer den Sturm auf den Reichstag hier relativieren will, hat in diesem Haus eigentlich nichts zu suchen. Das machen Sie immer wieder, immer wieder, selbst bei denjenigen, die irgendwie versuchen, einigermaßen mit Ihnen gescheit umzugehen. Aber Sie machen es einem dann wirklich schwer. Wir kommen gleich noch im Setzpunkt dazu. Aber bei der Frage, zum Beispiel, wie geht man miteinander um? Sie haben heute nonchalance einen Antrag eingebracht zu einem Setzpunkt der FDP. Sie haben den Antragsteller überhaupt nicht gefragt, ob wir damit einverstanden sind, Ihren Antrag damit aufzurufen. Wir machen das, weil das ist ein bisschen auch Moral in diesem Landtag, dass man bestimmte Gepflogenheiten miteinander dann auch lebt und dass es bestimmte Selbstverständlichkeiten gibt. Aber Sie tun immer so, als wenn Sie nur die Unschuldslämmer wären und Sie sind dann immer in Ihren Aussagen krass das Gegenteil davon. Vielen Dank. Letzte Wortmeldung aus dem Parlament ist Kollege Rudolf. Ich darf nur fragen, die Landesregierung wird dazu nicht Stellung nehmen. Sehe ich das so richtig? Herr Klose, Sie sind gerade der Einzige, der hier ansprechbar ist. Okay. Vielleicht kann man das noch einmal klären. Aber allein durch die Abwesenheit ist es, glaube ich, geklärt. Und dann habe ich noch einmal die herzliche Bitte, dass Sie, bevor Sie ankommen, bevor wir dann fertig sind, ob die AfD sich nicht überlegen kann, ob wir jetzt doch erst eine Pause machen und dann ihren Setzpunkt machen. Aber nicht nachher sich beschweren. Ich bin Präsident hier gerade, Herr Schaus. Sie können gerne den Ältestenrat einberufen. Aber so nicht. Das ist das Verfahren, das steht in unserer Geschäftsordnung drin. Herr Schaus, Herr Schaus, es ist jetzt aber gut. Der Kollege Rudolf hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir von der AfD erlebt haben, ist ja nicht der Versuch, sich mit einem Thema wie Moral auseinanderzusetzen, sondern es ist ja Teil ihrer politischen Inszenierung. Da gibt es hinterher ein Video bei denen, nach dem Motto, wir sind das Opferlamm, alle fallen wieder über uns her. Das ist eine Regieanweisung, die hier von Ihnen zum wiederholten Male dargelegt wird. Und wir müssen aufpassen, wie gehen wir damit um. Alle Rednerinnen und Redner haben das klar gesagt. Die AfD will in der Tat unsere parlamentarische Demokratie lächerlich und verächtlich machen. Lächerlich und verächtlich machen. Ja, das können Sie. Das können Sie an solchen Begriffen wie Partellparteien, Altparteien, Lügenpresse. Das kennen wir aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und diese Zeiten möchte ich nie wieder in Deutschland und sonst wo haben. Nie wieder. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen und auch das unterscheidet uns. Wir haben ein, das durch demokratische Wahlergebnisse zustande gekommen Ergebnis müssen wir akzeptieren. Und Sie haben nach unserer Auffassung in einer demokratischen Wahl viel zu viele Stimmen bekommen. Und Aufgabe von uns ist es jetzt bei den nächsten Wahlen dafür zu sorgen, dass eben nicht mehr so viele Leute auf den Leim gehen. Das ist eine große Herausforderung, an der alle anderen demokratischen Parteien gemeinsam arbeiten müssen. Und ich finde, es ist mehr als vermessen schon Ihr Titel Alternative für Deutschland. Ich sehe hier mindestens fünf demokratische Alternativen. Wir streiten uns in der Sache, bin ich sehr dabei. Aber es sind demokratische Alternativen, die diesen Staat, die diese Gesellschaft, die unser Grundgesetz eben nicht verächtlich machen. Das ist ein Wertekanon, auf den wir uns verabredet haben. Und den wollen Sie kaputt machen, zerstören, weil Ihnen die ganze Ausrichtung nicht passt. Ich bin froh, dass wir in einer Demokratie in Deutschland leben. Und wir müssen es, auch wenn uns schwerfällt, Herr Dr. Grob und anderen, Ihre Reden, die teilweise von Hass und Hetze geprägt sind, müssen wir ertragen. Das ist auch der Preis der Demokratie. Und wir müssen kämpfen, dass diese Demokratie am Leben bleibt. Was haben wir denn in den letzten Monaten erlebt? Durch rechtsextremistische Anschläge kamen Menschen ums Leben. Da war es der Politiker Dr. Lübcke, da war es der Anschlag auf einen eritreischen Flüchtling in Westersbach, da war es der Anschlag in Hanau, da war es der Angriff auf die Synagoge in Halle. Und das hatte ja alles einen Hintergrund, das haben die Täter ja auch teilweise gesagt. Da gibt es geistige Brandstifter, erst die Worte, dann die Taten. Und da können wir gerne über Moral reden, wir können gerne über Verlogen über Moral reden, und dann reden wir über Sie, nämlich die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann reden wir über Sie. Und deswegen ist es wichtig, auch nach diesen Vorkommnissen, wie können wir politische Bildung stärken. Die müssen wir in die Schulen tragen, in die Zivilgesellschaft. Wir haben vor wenigen Tagen auf Antrag der SPD mit anderen Fraktionen dann einen weiteren Antrag in der Anhörung durchgeführt, Bedrohungslage in der Gesellschaft. Weil das ja genau auch Ausfluss ist, dass Menschen sich nicht mehr an Regeln, an den Wertekanon haben, den unser Grundgesetz seit 1949 festgelegt hat. Und wir haben eine stabile Demokratie. Ich bin froh, dass wir keinen Präsidenten namens Dramab, der Verschwörungstheorien in die Welt setzt, die sie ja permanent übrigens verbreiten. Und das spiegelt ja auch über ihre Arbeit im Hessischen Landtag wider. Sie sind ja gar nicht an einer sachlichen Arbeit interessiert. Wir würden uns ja gern mit Ihnen geistig auseinandersetzen, wenn Sie denn die Waffen dazu hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Verlogene Moral. Bin ich wieder bei der AfD. Können Sie heute im Netz nachlesen. In Hamburg ist ein AfD-Mensch verurteilt worden und wird vorurteilt, ist angeklagt, weil er angeblich von Linken überfallen wurde in der Wohnung. War glattgefegt. Passt aber in das Bild der Opferrolle. Wenn Sie hier im Landtag, den Landtagskollegen, weiß Sie, Herr Dr. Kropofer, wir wissen, wo du wohnst. Was ist denn das? Menschen unter Druck setzen. Das ist Ihr Stil. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Ansatz der demokratischen Parteien muss es sein, bei den nächsten Wahlen dafür zu sorgen, dass sie ihr Anteil an Stimmen deutlich zurückgibt. Ja, Menschen dürfen unterschiedliche Positionen vertreten, aber wir wollen, dass die Demokratie erhalten wird. Es gibt demokratische Alternativen. Sie über Moral reden zu hören, ist widerlich. Ich sage das so deutlich. Und solche Debatten brauchen wir tatsächlich nicht. Sie brauchen es für Ihre Opfer und Strategierolle. Aber ich bin sehr sicher, es wird ein schwieriger Kampf, ich gebe es zu. Aber die AfD politisch kleiner zu bekommen, ist eine Riesenherausforderung. Und wenn die demokratischen Parteien zu Stammen stehen, ist es auch eine Riesenchance, dass es uns gelingt. Das ist die Demokratie uns allemal wert. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph, wir bedanken uns auch. Es liegen keine Wortmeldungen mehr für die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 73 vor. Der Chef der Staatskanzlei hat mir noch einmal mitgeteilt, dass die Landesregierung sich an diesem Punkt wie auch an dem nächsten Punkt nicht beteiligen wird. Das ist alles zu akzeptieren. Darüber hinaus muss ich Ihnen die bedauerliche Mitteilung machen, dass die parlamentarischen Geschäftsführer nicht sich einigen konnten, sodass es einfach weitergeht. Dass es einfach weitergeht. Ja, das ist nichts anderes. Keine Aufregung, Herr Kollege Rudolph. Wir haben doch eben so schön gesprochen. Keine Aufregung.